Deutschlands bekannteste Solarfirma, die Solar World AG, will Insolvenz anmelden. Es bestehe keine positive Fortbestehensprognose mehr, teilte das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung an die Börse mit. Der Vorstand werde deshalb einen Insolvenzantrag stellen. 2016 hatte der Solarhersteller unter dem Strich knapp 92 Millionen Euro Verlust ausgewiesen. Ende März hatte das Unternehmen aber noch angekündigt, mit einem Sparprogramm bis 2019 aus der Verlustzone kommen zu wollen.